Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt, klar, den ein oder anderen Verrissen sicher gemacht, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich habe gar keine Ahnung. Was habe ich denn hier schönes Holy Light, Holy Radiance, okay, das sind immer noch dieselben Sachen wie vorher. Okay. So, gucke ich jetzt schnell beim Auge, ist ja so Trend geworden, dass da irgendwie ganze Teams in Rome, ich gucke mal. Das ist halt auch irgendwie kein Trend geworden, das ist schon immer Trend gewesen. Echt? Hier sind Menschen. Ja, und Illidan hat es wieder auf mich abgesehen. Äh, jemand da? Ach so, ihr rennt selber gerade. Da wieseln wir oben alle noch. Oh, ist das nervig. Ja, komm. Ja, komm, geht lieber, kein Todesgemetzel da auf alle Gewalt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich auch nicht. So, nein, was meinst du? Ja. Ich habe einfach keinen Mana mehr für irgendwas. Ja, komm, scheiß drauf jetzt. Ich hole mal den Brunnen ein bisschen. So, ich habe hier gleich einen Illidan bei mir mit, dann, ja, ich hau ab, hier ist mir zu blöd, jetzt hier zu verrecken für nix. Alleine gegen die Illidan und Karazim, oder wer auch, ne, Karazim ist hier, wird dort einfach nix. Naja, geht doch eigentlich ganz gut hier oben, ne? Ja. Ich meine, die kriegen zwar den mittleren Tempel, aber was wollen wir da machen? Lunara eingesperrt, jawoll. Jawoll. Na, keine Ahnung, es funktioniert doch gerade eigentlich ziemlich gut alles, oder? Schon. Naja, den Tempel da unten kriegen wir auf keinen Fall, aber was soll's? So, kommt jemand mit runter Richtung Illidan, oder? Äh, ja, wir machen, glaube ich, oben gerade noch den Dings schnell. Achtung, da kommen welche. Shen und Karazim. Ich komme mal mit hoch. Ja, Illidan, der macht unseren Scheiß da unten jetzt. Wie ein Karazim. Kein Anna mehr. Ja, und dann lasst ihr die dann machen gehen. So, und weg. Und das stirbte halt. Alter. So, Camp machen. Kleines oder großes. Ja, hoch, hoch, hoch. Ach, hier sind drei, okay. Ja, ja, wenn du ein Camp machst, kannst du alleine, mach das. Na? 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 Auch irgendeine Lange hat noch irgendwas. Oder was, 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 wo? Hier unten schleicht irgendwas rum. Und sah sie, wo. Okay, und schön und bla. Huh. Ja, gut, komm. Der Leoric da unten macht sein Ding auch. Ja, wir müssen runter zum, zum Dings. Ich versuche mal, die Lunara hier noch zu... Ah, nee, die ist zu schnell. Was ist denn da, der ist der Ten? Jetzt sind wir so neben dir. Ach, oh Gott. Such so ein bisschen hier in der Nähe zu bleiben. Achtung. Oh, Match. Oh, bleib hier. Hab vier Sekunden noch. Der Shen will mich. Ja. Gerade ready geworden, mein Heal. War gut, hat er dafür bezahlt. Ja, weißt du, wirklich in der Sekunde, wo der, wo der auf dich los rennt, ist mein Cooldown ready und kriegst den letzten Schlag noch durch. Ja, wahrscheinlich, hätte mich das in dem Moment auch nicht mehr gerettet. Gut, dann gehe ich jetzt Mitte pushen und Erfahrung erholen. Doch, bei uns sind die dann. Ist doch schön hier. Naja, er rennt halt gegen einen Stunner immer wieder rein. Das ist halt ein bisschen dämlich. Er ist halt dumm. Ist auch hier. Ja! Gut, komme ich jetzt auch mal zu euch. Jetzt ziehen sie sich zurück, weil sie es nicht mehr können. Gut, dann lass uns mal eben hier Camps mobsen, oder? Wo bin ich? Jo, überhaupt nicht. Oh, wer da kommt. Jetzt pushen die beiden da mitte. Wollen wir die mal abholen? Ja. Nicht, dass die sich noch verlaufen und so. Ey, die dann checkt's halt auch echt einfach nicht. Oben noch, die Lunara. Weiß nicht, ob wir das kriegen. Hol erst mal das Auge. Gut, jetzt sieht sie nicht, dass wir hier mehrere sind. Ja, ich dachte mir, dass das Auge lieber erst holen. Okay, die hier unten... Tun Dinge. Ich bin hier beim Schrein. Ja, die von unten kommen gleich hoch. Bin gleich auch da. Was ist die denn hier? Wir kuscheln mit Nazibu-Style. Ich versuch da am Schrein zu bleiben. Warum is'n die Dings noch unten, die Ling Ling? Na gut, da kann ich jetzt auch nicht mehr. Na, oben oben oben. Ich nervt die mal. Hier, der Ulrich ist auch unten gestorben. Was machen wir denn in Nazibu hier? An sich bleiben. Komm schon. Ja. Dann hat nicht so Bock. Okay, unten in den Schrein. Geht weg. Jawoll. Nicht schlecht. Alter, Finna. Äh, wir können einen Boss versuchen, theoretisch. Ah, ne, die sind bald wieder da. Das lohnt sich, glaube ich. Wie kann man YouTube-Videos runterladen? Geht das? Da gibt's Webseiten, ja. Okay, wir sollten jetzt oben leffen. Ja. Oh, die Camps hier. Ah, das ist ja auch in den Säbeln. Äh, ne? Tanten. Ja, tante erstmal. Hiergeblieben. Der ärgert sich jetzt auch extremst. Läuft dreimal rein, versucht es zu erwischen und kommt einfach nicht dazu. Nicht schlecht, Mann. Wir dominieren das Spiel gerade so ein bisschen. Da wollen wir mal unser großes Camp holen. Bevor wir jetzt hier wieder gleich alle wegfliegen. Beziehungsweise kannst du machen. Ich glaube, ich bleibe lieber hier vorne. Stimmt, ich müsste das alleine hinkriegen, ja. Der Kasi hat auch nicht so. Du bist... Die haben nicht so Bock hier. Da ist er wieder. Oh, hier rüber. Okay, irgendwie. Hier ist auch hier, halt da. Oh, 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 oh. Okay, wir sollten uns langsam vielleicht so ziehen. Ja, das ist, äh, könnte besser sein. Ja, ich krieg das große Camp auch nicht alleine. Na, ich werde jetzt vielleicht sterben. Ich weiß es noch nicht so genau. Lauf. Ich sterbe jetzt. Ah, ich hab's noch versucht. Aber er wollte sich mal rein und mal retten. Ja, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich als erster gestorben wäre. Na, abhielte ich. Dann hätte ich nochmal heilen können. Oh, na ja. Gut, das soll jetzt trotzdem nicht so das Problem gewesen sein insgesamt. Wir sind ja gleich wieder da. Wir können dann deffen. Gut, den einen, äh, schreien kriegen sie jetzt halt, aber, na ja. Na, kriegen sie halt nicht, man. Der Leoric holt sich den einfach. Alter. Müssen die Mads sein. Okay, top deffen. Ha, reicht nicht ganz, um durchzupushen, aber gut. Äh, wir sind nur ungehr allein rein. Aufragen. Guck mal, deine Angst vor mir, der rennt von mir weg. Ja, gut, dann scheiß drauf jetzt. Los mit euch. Die Angst vor dem Support. Ach, das ist doch jetzt. So, jetzt sind wir jetzt nicht nur die Weckerin oder? Haben sie halt echt einfach Angst vor einem fucking Support. Die sind wahrscheinlich auf dem Weg nach unten zu dem Leoric. Lass zum Leoric gehen. Sind einfach nicht auf dem Weg nach unten zum Leoric. Hier kann man es noch. Horasie. Du mein Wett. Okay, lass, lass weggehen. Utsa. Mach dir echt seine Ulti klar. Warum läuft die denn nicht zu uns? Das war dämlich. Jetzt hat Bock. Einmal kuscheln bei Giovanna. Alter, der scheiß Illidan, das gibt's doch nicht. Oh, meine Fresse. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt kommen mal die Schreiber gerade. Was ist das für ein Viech, ey? Ist ja ein Ulti. Wir müssen bei den Schreiber aufpassen. Ich bin in vier Sekunden wieder da. Karazim ist unten bei Leoric. Scheiße. Karazim kommt in Mitte. Karazim kommt in Mitte. Ey, dieser scheiß Illidan, irgendwas... Ich bin fast tot. Scheiße. Ich hab euch noch ein bisschen hochgehalten. Ich hab aber auch scheiße geskillt, Mann. Ich hab schön auf Helden-Schaden geskillt. Oh, nee, ist der oben gestorben? Oh, der Idiot! Mit ganz wenig Schüssen. Geht da hoch, geht da hoch, geht da hoch. Äh, und hab aber nicht mal meine Quest bis jetzt beendet und so. Ey, so ne Scheiße. Weil ich hier mehr mit den Minions zu tun hab als bedingt. Man kann einfach skillen, dass man wieder aufersteht, wenn man, äh, gestorben ist. Das war gerade eben mein erster Tod, ne? Ne, zweiter. Schade. Ich sterbe, komm ich jetzt auch zurück. Yeah. Vorsicht, nicht da, äh, so weit alleine vorlaufen. Ja, der Illidan, der ist... Der Illidan ist echt nervig. Was hat der vor? Wenn du mir entgegenläufst, kriegen wir ihn. Na, ich bin auf dem Weg. Jetzt hat er Angst. Ah, jetzt wird der Lyric gleich gemacht. Ja, komm auch nicht an... Ich verstehe halt nicht, wieso er sowas macht. Komm, lass uns jetzt hier weggehen und unser eigenes Camp machen. Das ist jetzt scheiße hier. Thank you, my friend. Hilft mir jemand? Ich denke, wir gehen weg. Ich kann ja halt nicht weg, gerade. Besser einer stirbt als vier oder alle. Und ich renne auch noch mitten. Ich bin auch dumm. Ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Kommt ihr noch weg? Eieieiee... ich bin so halb weggekommen das war jetzt das war jetzt absolut unsere dummheit dann hätte leo reich sterben sollen scheiß doch was drauf lieber einer ist jetzt hier vier ja habe mich noch nicht dran gewöhnt an so was ja das kenne ich aber als als supporter willst du halt irgendwie doch klappt ja manchmal auch das hat mir bei lily immer spaß gemacht mit lily hast du die leute mal ganz groß gemacht können alter ja das ist jetzt ekelhaft alles beide schreibt bei dem tempel oben push noch ein camp mitte sie warum ist denn der lorik schon wieder tot also in vollen irgendwas muss man halt können das ist role-playing mann weg weiß nicht ob denn das auffällt aber für die das gerade ok jetzt müssen wir es halt versucht noch irgendwie zu drehen was macht er gut camp vorsicht die kommen alle ja ja kommt so auf die wegen eine mure gibt alles ja viel mehr ging jetzt vielleicht nicht nee komm mal elidan shen lunara die könnte alle jumpen und keine ahnung ja 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 Brenn Brenn Boah Alter der hat fast nichts mehr Na loo Dürfen halt den Schrein jetzt nicht kriegen, ne? Lidan macht hier weiter Druck Boah, hier ist immer noch so ein fucking Katapult Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Gibt's weg Gibt's weg Alter wieso haben Was ne Nummer ey Gezent unentspannt das gibt es noch nicht schon kommt gerade wieder als dieses karasim also leo rick ich auch in zehn sekunden ja sie werden wahrscheinlich gleich und werden vielleicht gleich noch mal versuchen den boss zu machen so ich fürchte ich muss die treffen ich muss mich jetzt zurückziehen muss man ordentlich recken und du sagst sie immer noch ich kann hier gerade nicht weg sorry drücken ja ich sagte ihm halt noch nicht chasen ich komme jetzt auch vielleicht bringt das ja irgendwas wir sind zu zweit noch nicht machen okay die haben was aufgehört können wir den boss machen die pushen auch oben schon wieder jetzt geht er weg der macht hier das camp gleich wir brauchen jetzt definitiv wir dürfen jetzt keinen einzigen schreien kriegen ja hier sind beide karasim und ständen ja die reingehen alter schwede ja fuck it scheiße das ist wieder so lang ist das können wir gewinnen ja ich breche nicht gedacht dass wir das gewinnen am anfang schon aber dann als wir da reingang sind gestorben sind als dorner junge junge alter alter schwelle reicht zum unter level ab ja reicht dicke noch mal gucken was ein luches drin ist 2 auch eine 2 ja legendary diva skin legendary psalter schwelle nur blaue